Russische Kohle kaufen wir nicht mehr, russisches Öl brauchen wir auch nicht mehr, zumindest glauben wir das. Und russisches Erdgas, davon verbrauchen wir jetzt auch viel, viel weniger als früher. Also eigentlich brauchen wir Russland gar nicht mehr, sollte man meinen. Aber es gibt eine Sache, da ist der Westen immer noch stark abhängig von Russland. Das hat er verschlafen und das kann ihm aber demnächst schwer auf die Füße fallen. Neulich war ich in Oppenheimer, Oppenheimer der Film, vielleicht haben Sie den ja auch gesehen. Es geht da um den Physiker Robert Oppenheimer, der mit einem großen Wissenschaftlerteam dann im Zweiten Weltkrieg die Atombombe entwickelt hat. Und wie das alles gelaufen ist, ist ein interessanter Film, ist ja leider auch immer noch ein aktuelles Thema. Ich habe es also nicht bereut, dass ich den angeschaut habe, obwohl ich ja ursprünglich eigentlich lieber Barbie gesehen hätte. Aber zu Barbie, da habe ich eben vorher schon ein paar feministische und postfeministische Kritiken gelesen. Und da war mir dann gleich klar, völlig unabhängig davon, ob mir der Film jetzt gefallen hätte. Aber ich hätte ihn nicht verstanden. Dann schon lieber was Leichtes, Unterhaltsames, so wie Oppenheimer. Und apropos irgendwas nicht verstehen, aber trotzdem gut finden. Morgen kriegen Sie von mir wieder eine neue Ausgabe von Heinrichs Hauspost. Diesmal mit Uranaktien, also um den großen Uranboom, den wir mittlerweile wieder haben. Da ging es hier ja schon vor zwei Wochen. Und in der Hauspost schauen wir uns dazu aber jetzt auch ein paar Einzelaktien genauer an. Und die ist gratis, jeder kann sie lesen. Wenn Sie sie noch nicht kriegen, dann können Sie die einfach anfordern auf www.heinrichs-hauspost.de. Machen Sie das noch schnell, weil morgen früh geht die Ausgabe raus. Aber eigentlich wollten wir über Russland reden und das tun wir jetzt natürlich auch. Ukraine-Krieg, westliche Sanktionen gegen Russland, aber eben gleichzeitig auch hier im Westen die Erkenntnis, wie stark man ja von Russland abhängig ist in vielen Dingen auch. Das ist bekannt, das ist nichts Neues. Aber im Moment ist es ja auch eher so, dass man sich hier schon sehr auf die Schulter klopft auch und dass man sagt, unsere Abhängigkeit von Russland, die haben wir ja zum größten Teil schon abgeschüttelt inzwischen, dank unserer weitsichtigen Politik. Dabei verbrauchen wir natürlich immer noch russisches Erdgas, das auch noch kommt über die Ukraine und über TurkStream. Und wir verbrauchen indirekt auch nach wie vor russisches Öl. Nur, dass das russische Öl jetzt natürlich in Drittländer geht und dafür haben andere Produzenten jetzt aber mehr Öl übrig, das sie dann wieder an uns liefern können. Ich bin vor ein paar Wochen auch auf das Thema ausführlich eingegangen hier und kaum macht Russland Förderkürzungen beim Öl zusammen mit Saudi-Arabien. Da kommt bei uns ja auch schon wieder die Panik hoch. Sowas aber auch, dabei sind wir doch schon so unabhängig vom russischen Öl. Und es gibt aber eben noch eine Sache, wo der Westen extrem abhängig ist von Russland und wo er auch nicht einfach so wieder rauskommt. Und das ist Uran. Vor zwei Wochen ging es hier ja schon darum, wie stark der Uranpreis gestiegen ist und wie immer mehr Länder jetzt doch auch wieder auf Kernenergie setzen wollen und das ausbauen wollen. Und zwar eben auch im Westen, Schweden, Frankreich, Großbritannien und eben auch die USA. Und dafür braucht man natürlich immer mehr Uran. Und es geht jetzt nicht um Uran an sich, sondern es geht um angereichertes Uran. Uran an sich gibt es in vielen Ländern, aber aufbereitetes Uran, das kommt zu fast 50% aus Russland. Das hier ist eine Kernspaltung zur Auffrischung. Das fanden Sie wahrscheinlich in der Schule schon langweilig. Von links in Grau, da kommt ein Neutron. Das kracht in ein Uranatom und zwar in spaltbares Uran 235. Das zerbricht. Dabei setzt es viel Energie frei und gleichzeitig fliegen zwei oder drei neue Neutronen aus dem Kern wieder raus. Und wenn die dann wieder auf neue spaltbare Urankerne treffen, dann gibt es eine Kettenreaktion und dann läuft das Ganze. Nur in Uran, so wie es normalerweise vorkommt, da ist zu wenig Uran 235, nämlich unter 1%. Und da fliegen diese Neuronen dann eben irgendwo hin ins Nichts, weil zu wenig davon da ist und es passiert gar nichts. Für einen Reaktor braucht man mindestens 3% spaltbares Material und für eine Atombombe sogar mindestens 85%. Und das ist gar nicht so einfach, das zu bekommen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Durchgesetzt hat sich das Verfahren mit Gaszentrifugen. Das ist noch am wenigsten aufwendig im Moment. Da muss erstmal das Uran gasförmig werden. Zertens wird also umgewandelt in Uranhexafluorid und das kommt dann in Hochgeschwindigkeitszentrifugen. So wie die hier, die man hier sieht, ganz viele nebeneinander. Und das läuft dann und läuft und läuft und läuft. Und weil das spaltbare Uran ein bisschen leichter ist als das nicht spaltbare Uran. Darum kriegt man dann irgendwann mal eine leicht höhere Konzentration von spaltbarem Uran im Gas. Aber es ist eben ein Riesenaufwand. Die USA, die konnten das alles mal. Natürlich, sonst hätten sie ja keine Atombombe bauen können. Das kommt bei dem Oppenheimer Film vielleicht ein bisschen zu kurz, der Sachverhalt. Weil, dass man grundsätzlich eine Uranbombe bauen konnte. Das war schon vorher klar. Das haben wahrscheinlich auch die Deutschen gewusst. Aber der Aufwand war eben riesengroß. Und ein großer Teil von diesem Aufwand war natürlich, dass man das ganze spaltbare Material herbekommt. Das haben die USA dann geschafft. Und danach waren sie auch erstmal wahnsinnig dahinter, dass andere das nicht können. Dass andere diese Technologie nicht kriegen. Aber, wie es eben manchmal so ist, irgendwann haben sie das Ganze dann auch wieder verbummelt. Die letzte Anlage in den USA, mit der man aus Uran Uran Hexafluorid machen kann, die ist 2017 geschlossen worden, weil es sich nicht mehr gelohnt hat. Seit 2017 war der Uranpreis am Boden. Und bei der Anreicherung, da sieht es ein bisschen besser aus vielleicht. Da gibt es noch eine große Anlage von Urenco in New Mexico. Das ist eigentlich ein europäisches Unternehmen. Und die produzieren jetzt ungefähr 50% vom amerikanischen Verbrauch. Aber auch die USA, das Mutterland der Kernenergie, auch die kriegen 25% von ihrem angereicherten Uran aus Russland. Und noch sind die USA ja der größte Atomstromproduzent der Welt. Noch vor China und noch vor Frankreich mit über 90 Kernreaktoren. Und die Lücke kriegen sie jetzt aber eben einfach nicht geschlossen. Und in Europa ist es noch schlimmer. Da kommen 30% vom angereicherten Uran aus Russland. Und insgesamt liegt der russische Weltmarktanteil da eben bei 50%. Und wenn man sich die Umwandlung anschaut von Uran in Uran Hexafluorid, da sieht es im Westen dann sogar noch schlechter aus. Weil da kommen nämlich zwei Drittel aus Russland und China. Und von wem aus Russland kommt das ganze angereicherte Uran? Es kommt von Rossatom. Ich habe dazu schon verschiedene Aussprachen gehört. Rossatom, Russatom, Rasatom, Rossatom und so weiter und so weiter. Und Sie wissen ja, ich kann noch nicht mal China richtig aussprechen. Darum bei Rossatom versuche ich es jetzt erst gleich gar nicht. Rossatom ist eigentlich eine Behörde. Es ist die russische Atomenergiebehörde. Hier haben wir den Hauptsitz in Moskau. Sie ist zuständig sowohl für die zivile Kernenergie als auch für die militärische. Aber gleichzeitig ist es eben auch ein riesen Staatskonzern. Und damit hat Russland das, was die meisten westlichen Länder nicht haben. Ein Konzern, der Kernkraftwerke betreibt, der sie aber auch selber bauen kann, der sie auch im Ausland baut, der da auch Forschung dazu betreibt. Und der aber eben auch beim Uran alles abdeckt. Die gesamte Wertschöpfungskette von der Mine über die Anreicherung bis zu den Brennelementen. Und weil es bei Kernenergie ja auch immer um Abhängigkeiten geht. Und weil es irgendwie ja auch immer um nationale Sicherheit geht und sowas. Da ist das für Russland eben ein Vorteil. Und weil Rossatom auch den Westen beliefert. Dadurch sind sie natürlich auch fast unantastbar. Es gibt anscheinend Sanktionen gegen einzelne Führungskräfte bei denen. Aber was es selbstverständlich nicht gibt, das sind Sanktionen gegen Rossatom an sich. Und das sagt natürlich schon sehr viel. Und hier bei der Deutschen Welle, da ist zum Beispiel auch ein sehr guter Artikel drüber, wie zum Beispiel kurz nachdem die EU ihren Luftraum geschlossen hat für russische Flugzeuge, dass da dann doch ein paar Tage später ein russischer Transporter einfach in die Slowakei geflogen ist. Und der konnte das auch zur allgemeinen Verwunderung. Weil der hat nämlich das Slowakei-Uran gebracht, das sie gebraucht hat. Und das gleiche dann später auch nochmal mit Ungarn. In beiden Ländern geht es da um die Hälfte von der gesamten Stromproduktion. Und wir haben in der Slowakei, in Ungarn, in Bulgarien und in Tschechien 18 Reaktoren insgesamt, die auch von Russland gebaut worden sind. Das heißt, auch wenn die jetzt von woanders her Uran kriegen würden, aber man kann sie nur befüllen mit Brennstäben aus Russland. Von der ganzen Wartung und Betreuung von den Kernkraftwerken mal ganz abgesehen. Das macht abhängig und darum hat Ungarn zum Beispiel letztes Jahr im August, als der Ukraine-Krieg schon ein halbes Jahr gelaufen ist, trotzdem nochmal zwei Reaktoren neu bestellt in Russland. Und Russland hat das dann auch unterstützt mit einem 10 Milliarden Euro Kredit. Das heißt, wenn auch sie mal gerne ein Kernkraftwerk hätten, aber sie haben kein Geld auf dem Konto, dann fragen sie einfach, Wladimir Putin, der stellt ihnen das dann schon hin. Aber das ist natürlich auch die Strategie. Wer für andere Länder Kernkraftwerke baut, der ist dann auch drin bei denen in der Energieversorgung. Und solche Länder überlegen sich das dann schon zweimal, ob sie sich dann mit Russland anlegen und Streit anfangen. Und außerdem kann man diese Länder dann auch noch jahrzehntelang beliefern mit Uran. Und so läuft es eben auch zur Zeit. Russland baut Kernkraftwerke in China, in Indien, in Ägypten, in Bangladesch, in der Türkei. Und das hätten wir alles ja auch mal gekonnt früher. Aber jetzt können wir es natürlich nicht mehr und schauen bei dem Ganzen nur noch zu. Mal ganz abgesehen davon, dass Rossatom 2013 ja auch Uranium One übernommen hat und dass es damit jetzt auch ein Fünftel der amerikanischen Uranvorkommen direkt kontrolliert. Genehmigt worden ist die Übernahme von der Obama-Regierung. Aber die Clinton-Stiftung, die hat eben kurz vorher Geldspenden bekommen von Uranium One. Und zwar nicht zu knapp. Deswegen ist später auch kurz ermittelt worden. Das Ganze ist dann aber im Sande verlaufen. Wie gefährlich ist das alles für den Westen? Es ist jetzt nicht absolut akut. Man sagt zum Beispiel, die amerikanischen Kernkraftwerksbetreiber, die haben Uranreserven in der Hinterhand für die nächsten 18 Monate. Das heißt, wenn Russland jetzt wirklich sagen würde, wir beliefern euch da nicht mehr, dann gehen jetzt nicht sofort die Lichter aus da. Aber früher oder später kann es natürlich schon an die Substanz gehen, weil man kann jetzt diese Produktionskapazitäten, die zusätzlichen, ja nicht schnell irgendwo herzaubern. Gibt es eine Chance, dass man als Anleger davon profitieren kann, von dem ganzen Schlamassel? Jein, würde ich sagen. Also die meisten Firmen, die Uran anreichern, die sind nicht börsennotiert. Urenco zum Beispiel oder auch Urano aus Frankreich, die sind das eben nicht. Wer sich damit zum Beispiel auch beschäftigt, das ist Honeywell. Das ist aber ein großer amerikanischer Mischkonzern und da spielt das Urangeschäft jetzt nicht so die große Rolle. Und wer sich auch damit verstärkt beschäftigt, wer jetzt auch verstärkt in die Aufbereitung gehen will, das ist der Atomkonzern Westinghouse. Der war ja schon mal pleite und der gehört jetzt inzwischen aber zu 49% zu Camico, dem Uranproduzenten. Da kann man vielleicht indirekt jetzt ein bisschen davon profitieren, aber dazu morgen mehr in der Hauspost. Und dann haben wir noch Centrus Energy, auch aus den USA. Das ist wirklich ein reiner Urananreicher. Die sind sogar profitabel im Moment und die ziehen auch gerade eine neue große Anlage da hoch. Aber es ist eine sehr, sehr spekulative Aktie. Das Eigenkapital ist negativ und wie man hier auch sieht am Chart, das Sentiment für die Aktie, das schwankt auch sehr stark. Aber nur, damit Sie es eben mal gehört haben. Jedenfalls Russland, Russland hat über das Uran jetzt ein zusätzliches Druckmittel und das ist schon bemerkenswert, wenn man bedenkt, wie ja zum Beispiel Deutschland angegriffen worden ist wegen der Nord Stream Pipeline immer. Dass es da ja so unglaublich dumm gewesen sei, dass es sich da in so eine Abhängigkeit begibt. Aber Ihre eigene große Abhängigkeit beim Uran, das haben diese Länder, die uns da kritisiert haben, nicht gesehen. Jahrelang nicht gesehen oder aber sie wollten es auch nicht sehen. Ob Russland dieses Druckmittel irgendwann mal nutzt, klar, das ist sehr schwer zu sagen. Wir haben ein Land vor uns, das man schwer einschätzen kann im Moment. Auf der einen Seite droht es uns immer wieder mal gern mit einem Atomschlag. Aber auf der anderen Seite, wenn wir jetzt zum Beispiel mal Erdgas nehmen, es beliefert uns auch nach wie vor. Auch aus Eigeninteresse natürlich und das Ganze schwankt ja auch. Aber Russland liefert uns immer noch Gas und wir nehmen es auch noch. Und im Moment ist das mit in dem Konflikt, den wir gerade haben, ist Uran kein Thema. Aber je länger dieser Krieg dauert, desto eher kann es natürlich passieren, dass es eben doch mal zum Thema wird. Und dann müssen wir am Ende vielleicht sogar China anbetteln, wenn es ganz dumm kommt, um ein bisschen Uran. Oder aber vielleicht ja auch den Iran, unseren Lieblingsstaat im Nahen Osten. Der hat es natürlich sehr schlau gemacht. Der hat rechtzeitig investiert groß in Urananreicherung. Vielleicht hat man ja die Anlagen im Iran auch nur darum noch nicht zerbombt, damit wir da wenigstens noch eine Reserve in der Hinterhand haben. Aber jedenfalls die Verhandlungsposition gegenüber Russland von uns, die wird doch das Thema nicht besser. Und wir sind da ja sowieso schon nicht besonders konsequent. Aber vielleicht können wir uns ja irgendwann mal dazu durchringen, dass wir wenigstens sagen, liebe Russen, wenn ihr uns auch noch mit Atomwaffen angreift, dann spätestens dann kaufen wir euch aber wirklich kein Gas mehr ab. Wobei der Kinosommer auch gezeigt hat, man muss jetzt auch nicht immer alles so furchtbar negativ sehen. In anderen Ländern zum Beispiel, da gibt es schon längst wunderschöne Barbie-Särge für solche Fälle. Es ist also nicht immer alles nur schlecht. So viel dazu. Denken Sie noch dran, dass Sie sich rechtzeitig noch den Gratis-Report besorgen für morgen zu den Uran-Aktien auf www.heinrichs-hauspost.de Und ansonsten freue ich mich natürlich auch jederzeit über Ihr Kanalabo. Ich war heute ein bisschen erkältet, aber bei so einem brandheißen Thema, das wir da haben, da zieht man das natürlich durch. Alles Gute Ihnen. Dankeschön fürs Zuschauen.